Guten Morgen! Das ist Tag 2! Ich habe so hart verschlafen und morgen musst du mich wecken. Heute war ein richtiger Tag, heute machen wir Cosplay-Tag. Leiden wir das hier vorne, wir sind schon fleißig am Aufbauen. Ist das das Weiße? Die Zutaten für das Weiße. Zutaten? Deine Fingernägel, holy shit! Hi, ich bin Misu! Ich dachte, du bist so klein. Tim, du machst die Nägel heute. Wir hatten so einen Pain gestern mit den Nägeln, dass Schoko ihre Freundin Misu gefragt hat, ob er vorbeikommt. Und er von meinem Nackelstudium mitgebracht hat. Großartig, ich bin bereit. Die wixen ja schon richtig gut aus. Geht, gell? Lisa! Leonel! Hier! What the fuck, man? Was hältst du von diesen Gerüstungen noch für weit? Das ist ziemlich cool, Action-y. Nice! Yeah! Stammfrau Jules! Leiden approved! Guck mal, meine Lippe auch. Das zieht immer noch, aber es hört. Da reicht eine Schicht. Ich auch, sorry. Steht da wirklich gerade Quack. So cool. Holy shit! Holy shit! Oh mein Gott, das sieht ja krank aus. Geil! Okay, ich zieh mich schnell um. Wir sind dabei, ich halte das erste Shooting. Let's go! Du darfst aber auch nicht mit rein beim Umziehen long. Ja! Hey! Was ist zur Hölle? Gopher. Fressen. Das ist so gut, ne? Oh. Ich spüre, wie mein Schmerz verschwindet. In der Weihnachtswecke, nein. Ich bin so in Weihnachtsstimmung, ne? Schon? Ja, safe. Ach, ich würde gerade sagen, wir haben nicht von Halloween Gammeln. Ja, 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 ja. Und dann kommen wieder Mitte November rein. Und vor allem ist beginnen bald die Weihnachtsmärkte. Ey, das ist schon fast wieder Ostern. Kommt bald wieder in den, in den, in die Läden. Das ist schon fast wieder Ostern. Das ist, eigentlich ist schon wieder Halloween. Eigentlich ist jetzt schon ein Jahr. Ja, eigentlich ist es schon ein Jahr vorbei. Seit Januar. Ja. I came to fuck bitches. Ja, Alter, das Kosti sieht so krank aus, oder? Die Details sind halt insane, ne? So cool. So cool. Wir haben dieses Jahr acht Cosplay-Saps gemacht. Vier haben wir auch gegeben, einfach um die zwölf voll zu kriegen. Das ist eins davor. Ich bin extrem happy, weil ich glaube, ich hätte das selber nicht so gut hingekriegt. Das sieht sehr cool aus. Boah, das ist so sexy. Sieht richtig cool aus. Hm. Wow. Also ich bin ja schon ziemlich hetero. Manchmal denke ich so, okay, ich bin ja doch gay. Ah, ah, ah. Überleg das dir nochmal. Der Zug ist ab. Ja, was soll ich sagen? Living my lesbian dreams. Ab and set. Let's go. Ja. Ja. Wir gucken einfach an Bradley Stees mit diesem überdimensionale Fächer. Okay. Das Set ist so cool, so cool. Das Set ist so cool. Schoko? Ja? Dein Einsatz? Oh, yo! Yes! Ja, das ist perfekt. Oh! Das ist perfekt. Das ist perfekt. Ich bin heterosexuell. Ich mach Ausnahmen. Not anymore. Ich bin flexuell. Flexuell. Okay, haben wir erstes Set fertig. Wir bauen direkt um auf Harley Quinn. Wir haben heute nur coole Charaktere. Das ist ein schlechter Tag für eure Heterosexualität. Ich sag's nur. Kann ich noch ein Bild machen? Ja, stimmt. Oh! Oh! Hello! Das ist geil, ich liebe es. Oh! Oh! Willst du mit oder ohne Brille? Oh! 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 Ich werde mal kurz warten. Ich will immer das Kostüm anziehen, mal gucken, wie es aussieht und so, weil ich glaube, Gloss könnte vielleicht nicht passen. Ich find's so geil. Wenn du willst, kann man noch ein bisschen kutschen, dann wird's ein bisschen more smudgy. It's a bad day for Beatricexuals on this set. Hey Leute, das nächste Cosplay. Boom. Holy Motherfuck. Jesus Christ. Komplett self-made in fucking Nächten noch vor diesem Shooting. Das Design hat Bass gemacht, das ist ein Kumpel von Jules. Ich find's richtig cool geworden. Und die Maske ist so cool, oder? Natürlich fängt's an zu regnen, wenn ich gerade fertig bin. Nicht erst in 10 Minuten. Super. Es ist kalt. Och nö. Und es regnet. Es ist ein bisschen steiglicher, als es am Arzett hätte. Toni. Sehr cool. Tell me about it, Shari. Tell me about it. Okay, das war's. Hd-Quinn haben wir. Jetzt schnell weiter. Aloy. Da haben wir uns das Kopfstück nur bis hier oben. Aber das war geplant, weil ich wollte auch ein Porträt-Kalender haben. Jetzt machen wir für Aloy ein Porträt. Leine. Cooles Pflanzen-Porträt-Set. Los! Mach deine Spezial-Attacke. Set-Aufbau. Set-Aufbau. Leine setzt Nebel an. Aloy ist gleich so weit. Der Rückkehr ist aber so sick geworden. So, ist ein Meisterwerk. Hört auf. Mach weiter. Die Jogginghose sieht man später nicht. Sieht man nicht. Film wieder oben. Hallo? Meine Augen sind hier oben. Okay, let's go. Oh, der Kopf hat ja die selbe Höhe. Hallo, wir sind live aus dem Amazonas. Hier regnet's oder so. Keine Ahnung, was im Amazonas ist. Okay, Aloy ist durch. Es ist 19.40 Uhr. Um 21 Uhr kommen die Wölfen. Wir müssen das ausziehen. Ein bisschen aufschminken für Lara Croft. Lara Croft shooten. Blut draufmachen für Sun. Bis 21 Uhr. Let's go! Let's go! Gas! Ah, 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 ah! Ich wär noch nie so stolz an dich. Wir gehen jetzt runter in den Keller. Mit nem Regenschirm, weil's regnet immer noch, leider. Und wir shooten Lara Croft. Also, sie sieht ganz cool aus. Heute ist der Tag mit den coolen Ladies. Morgen ist der Tag mit den sexy Ladies. Morgen ist der Tag, an dem ich meistens simpen werde. So, be ready. Ich bin bereit, Long. Von dir gesimpt zu werden, ist mein größtes Ziel im Leben. Was ein geiles Set, Leute. Dankeschön. Ja! Ja! Bäh! Haben wir! Und jeden Moment kommen die Wölfe. Perfekt! Okay! Ich geh schon mal hoch. Ja! Let's go! Nein! Da lang! Kalt! 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 Oh Gott! Ist doch gequingelt! Irgendwer ist da, der Weihnachtsmann? Hallöchen! Special Guest! Oh! 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 Bisschen größer als gedacht. Viel größer als gedacht! Hi! Hi! Hey, Ani! Oh! Ja! Wahnsinn! Wahnsinn! Es ist gigantisch! Es ist voll aufregend! Es ist so süß und groß und kuschelig! Ich bin auch Hype-Wolf. Ah, es ist so geil! Okay! Habisch! Juki, ist das lecker, Hebe? Gib Jürgen! Ich hoffe nicht! Hi! Ich bin ein Reise! Ich bin ein Kleiner. Der ist so grobe. Es ist zu grober jetzt. Man braucht ein bisschen mehr Kraft. Während wir hier versuchen, das Set ein bisschen mehr einzurichten, dass es für die Hunde entspannter ist, Hier ein kleiner Clip davon, wie Longlas Kostüme im Wald dreckig gemacht hat. Viel Spaß! Oh ja, wow, oh mein Gott, das ist ziemlich cool. Das ist so geil. Okay, es hat jetzt gute anderthalb Stunden, hat es jetzt gedauert, aber wir haben ein richtig cooles Bild mit Chiron. Das ist sehr cool. Ich zeige euch das hier. Und jetzt wechsle ich um. Letztes Kostüm für heute, Ayela von Skyrim. Und dafür nehmen Miyuki nochmal mit rein. Passt ja gut, ihr Pferd, ne Graumine. Was geht ab, Bitches? Letztes Cosplay für heute. Wir haben zwei von vier Klendertagen geschafft, was amazing ist. Das ist Ayela von Skyrim, eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Jetzt doch. Bist du auch topfit? Nein, Alter, ich bin so im Arsch. Wirklich diese zwei Stunden ruhig sitzen bleiben bei dem Mononoke-Set, weil ich bin komplett runtergefahren. Ich bin komplett outgesohnt, die ganze war nur so. Leckerli. 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 Mann. Seks ist ja koks. Nein. Ist ein Koks. station. Also NA. Wär gehen wir mal beim dm statedenами. Das war Tag zwei. Wir haben jetzt einen halben Zodiac-Kalender, wir haben einen halben Cosplay-Kalender und wir haben eine ganz kaputte Anni. Ich bin müde und du bist auch müde und Lani bist auch müde. Nächste Woche gibt es dann den restlichen Vlog. Ich freue mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich gehe jetzt erstmal schlafen. Für mich geht es morgen weiter, für euch nächste Woche. Falls ihr sagt, die Kalender sehen cool aus und es merkt sich cool aus und ihr wollt es haben, ist jetzt erhältlich bis Ende des Jahres an den Dac.com. Übrigens, die Wölfe sind alle unten verlinkt und so. Check das ab. Peace out. Genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Tja, Flo hat mir die Krone aufgesetzt. Ich kann es nochmal nachmachen, dann ist sie runtergefallen und ist zerbrochen. Ich fühle mich gerade nicht so freundlicher. Aua, aua. Digga, da ist mein Kopf. Aua, hör auf jetzt, es reicht mir. Da ist voll voll. Da ist diagonal. Da war für dich. Vielen Dank.